Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die besten aufblasbaren LED Whirlpools. Diese drei Modelle bieten nicht nur durch ihre Heiz- und Massagefunktion eine außerordentlich gute Erholung, sondern erzeugen durch ihre integrierte LED-Beleuchtung eine ganz besondere Atmosphäre. Wir stellen euch heute mal unsere drei Favoriten der besten LED Whirlpools vor, so dass ihr das passende Modell für euch finden könnt. Dabei starten wir mit dem Modell mit der geringsten Kapazität und beenden das Video mit dem größten Modell. Viel Spaß nun bei diesem Video, alle drei Whirlpools sind auch für weitere Informationen und um diese zu bestellen, in der Videobeschreibung verlinkt. Legen wir nun aber los mit dem ersten Whirlpool mit LED-Beleuchtung und zwar dem Arebos LED 600 Liter. Hier handelt es sich um das einzige eher rechteckige Modell im Vergleich, in dem laut Hersteller bis zu vier Personen Platz finden können. Mit einer Abmessung von 1,54m x 1,54m und einem Füllvolumen von bis zu 600 Litern ist dieses Modell wie gesagt das kleinste in diesem Vergleich. Dafür ist es aber auch das günstigste und kann mit einer ganzen Vielzahl von starken Funktionen überzeugen. Dazu zählt natürlich allen voran die Massagefunktion. 100 Massagedüsen sind hier verbaut, die eine umfangreiche und sehr angenehme Massage bieten können. Zudem ist hier noch eine Heizung zu- und auch abschaltbar. Im Winter ist dies natürlich ideal und bringt das Wasser im Whirlpool auf bis zu kuschelige 40 Grad. Zudem besitzt das Modell auch eine automatische Aufblasfunktion. Alles ohne Werkzeug, bedeutet per Knopfdruck kann sich der Whirlpool innerhalb von nur weniger Minuten von selbst aufblasen. Und natürlich hat das Modell ein LED-Leuchtband, welches für eine optisch sehr angenehme Atmosphäre sorgt, was natürlich vor allem nachts zur Geltung kommt. Sechs verschiedene Farben hat man hier zur Auswahl, sowie die Möglichkeit die Helligkeit einzustellen. Ansonsten kann auch die Geschwindigkeit von den Farbübergängen eingestellt werden. Dafür ist hier eine Fernbedienung inklusive, womit man die verschiedenen Modi einstellen kann. Abgesehen von der Fernbedienung kann man hier auch alles über eine zentrale Steuerung am Gerät selbst einstellen. Inklusive ist hier im Paket zusätzlich eine isolierende Abdeckung, eine Filterpumpe und Filterkartusche, sowie auch ein mitgelieferter Reparaturflicken. Wie gesagt, ist dieses Modell aber vor allem das kleinst im Vergleich. 600 Liter Fassungsvolumen ist nicht allzu viel, sollte aber für zwei bis drei Personen auf jeden Fall ausreichen. Für mehr Personen empfehlen wir dann doch größere Modelle. Wem aber diese Größe ausreicht, der ist mit dem Arebos Whirlpool unserer Meinung nach super bedient. Mehr Infos zum Modell erfahrt ihr auch über den ersten Link unten in der Videobeschreibung. Als zweites möchten wir euch das Modell aus der Mittelklasse vorstellen, sowohl was die Größe als auch die Preisklasse angeht. Es handelt sich um den Miweber M-Spa Comfort Stary. Das Modell aus dem Jahr 2022 besitzt eine Abmessung von 2,04 Meter im Durchmesser und 70 Zentimeter in der Höhe und hat ein Fassungsvolumen von bis zu 930 Liter. Laut Hersteller sollen hier bis zu sechs Personen Platz finden. Auszeichnet tut sich das Modell zudem durch seine vielen Massagedüsen. 138 von diesen Luftdüsen sind hier verbaut, welche jederzeit für ein wohliges Blubber Massagebad sorgen. Und natürlich ist hier auch eine Heizung verbaut, die hier dazu geschaltet werden kann. Diese ist mit einer Erwärmzeit von 1,8 Grad pro Stunde ziemlich leistungsstark und kann mit ihren 1500 Watt bis zu 40 Grad warm werden. Über die mitgelieferte Fernbedienung kann man hier sowohl die Massagedüsen, die Heizung, aber natürlich auch das LED-Band einstellen. Dieses hat auch verschiedene Farben und besitzt zudem natürlich auch verschiedene Farbübergänge, sowie Farbmodi, die hier einstellbar sind. So kann man sich immer die perfekte Atmosphäre schaffen, die aktuell gewünscht ist. Über die Fernbedienung kann man zudem auch noch weitere Hygienefunktionen, wie beispielsweise die UV-C-Desinfektion einstellen. Durch dieses UV-Licht wird wirksam gegen Viren und Bakterien vorgegangen. Generell besteht aber auch der gesamte Whirlpool aus bakterienabweisenden hochwertigen Materialien, die für eine hohe Hygiene sorgen, da sie die Keimbildung verhindern. Außerdem ist das Material sehr, sehr stabil. Verbaut wurde hier das sogenannte Rhino PVC, eine sechsfache Kunststoffschicht, die alles ordentlich zusammenhält. Trotzdem sind im Lieferumfang zum Notfall hier noch Reinigungspficken mit dabei, sowie natürlich eine Filterpumpe und sonstiges Zubehör, um das Benutzen des Comfort Stary so angenehm wie möglich zu machen. Dazu gehören eine Poolabdeckung, eine Gebrauchsanweisung, sowie noch weitere Gerätschaften, über die ihr euch noch genauer über den zweiten Link in der Videobeschreibung informieren könnt. Dort könnt ihr das Modell bei Interesse auch natürlich sofort bestellen. Wartet aber auch gerne noch etwas ab, denn wir möchten euch als drittes und letztes auch noch ein weiteres Modell von Miweba vorstellen, den M-Spa Aurora. Hier handelt es sich um den beliebtesten LED Whirlpool im Vergleich. Ein Modell, welches eine Abmessung von 2,04 Meter im Durchmesser und 70 Zentimeter in der Höhe besitzt, ein maximales Füllvolumen von 1.400 Litern und vor allem eine sehr starke Massagepumpe von bis zu 720 Watt. Diese ist damit 120 Watt stärker als beim eben vorgestellten Modell Stary und damit ist das Modell, welches ebenfalls über 138 Luftdüsen verfügt, leistungsstärker, allein was die Massagefunktion angeht. Bei der Heizung kann sie mit den anderen Modellen mithalten. Hier ist ebenfalls ein 1.500 Watt Modell verbaut, welches bis zu 40 Grad Celsius heizen kann. Einen großen Unterschied gibt es hier allerdings noch in der Hochleistungsfilterpumpe. Diese hat 60 Watt Leistung und schafft damit viel mehr Wasser pro Stunde zu filtern. Zum Vergleich nochmal, das eben vorgestellte Modell Stary hat eine 35 Watt Pumpe, die also fast nur halb so leistungsstark ist. Zudem dabei sind beim Aurora Modell auch zusätzliche Hygienefunktionen wie die Ozon- und UVC-Reinigung. Natürlich ist dieses Modell auch von selbst aufblasbar und verfügt ebenfalls wie das Comfort Stary Modell über das hochwertige Rhino-PVC. Also über das sechsschichtige Kunststoffmaterial, welches für die hohe Stabilität und Langlebigkeit des Whirlpools sorgt. Im Lieferumfang sind hier neben einer zusätzlichen Bodenmatte, einer Isolierabdeckung und aufblasbaren Abdeckung, zwei Filterkartuschen sowie zusätzlichen Adaptern und der Bedienungsanleitung noch natürlich ein LED-Streifen. Dieser verfügt über verschiedene Farben und kann über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Möglich ist hier auch die Einstellung von Farbwechseln, sodass das Whirlpool-Erlebnis noch atmosphärischer wird. Alles weitere zum Aurora M-Spa erfahrt ihr auch über den dritten Link in der Videobeschreibung. Es handelt sich wie gesagt um das beliebteste Modell aus dem Vergleich, welches auch nur ein wenig mehr kostet als die beiden vorher vorgestellten Modelle. Dafür bekommen wir hier aber die höchste Massageleistung, den besten Lieferumfang sowie auch die beste Filterleistung geboten. Mehr wie gesagt über den dritten Link in der Videobeschreibung. Das war es jetzt aber erstmal von uns und diesem Vergleich. Hoffentlich konnten wir euch mit diesem Video weiterhelfen.